Hi, ich bin Lisa aus Deutschland. Die letzten paar Tage waren wir hier auf Magnetic Island im X-Space Hostel. Super schön hier, das Personal ist sehr sehr freundlich. Wir haben hier in einem 8-Bett-Zimmer geschlafen und es gibt aber auch 6-Bett-Zimmer oder Zimmer für Familien mit Doppelbett, für Kinder auch Einzelbetten. Es ist eine super schöne Terrasse hier mit Blick aufs Meer und Palmen ringsum. Es gibt Hängematten zum Relaxen. Man kann auch was essen hier in der Bar, ist super schön. Abends ist immer Party mit guter Musik. Für Leute, die gerne ein bisschen was Aktives machen möchten, gibt es die Möglichkeit zum Tauchen oder Schnorcheln und man kann auch wandern hier auf der Insel. Die Insel erkunden, ist nicht so groß. Ungefähr anderthalb Stunden einmal auf den Berg der Insel mit wunderschönem Ausblick. Man kann auch Koalas sehen, ist super schön und Wallabies, die man auch füttern kann. Ja, ansonsten gibt es ja eine Menge zu erkunden auf jeden Fall. Es ist nicht weit von der Fähre entfernt, ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto. Koalas kann man füttern beziehungsweise halten. Und ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Erfahrung hier. Lohnt sich.